Fortan müssen Sie die Haustür nur noch für Menschen aufmachen, die Sie auch wirklich hineinlassen wollen. Die Funk-Videotürklingel von Visortec zeigt auf diesem Monitor, wer sich vor Ihrer Haustür befindet. Der herkömmliche Türspion hat ausgedient. Das moderne Set bringt alles mit, was Sie für die Inbetriebnahme der Videotürklingel benötigen. Die batteriebetriebene Funkklingel mit Kamera lässt sich schnell und flexibel montieren, ohne dass Sie in die Hauselektrik eingreifen müssen. Die eingebaute Kamera wird automatisch aktiv, sobald jemand läutet. Auch der Monitor in Ihrer Wohnung startet dann sofort selbsttätig. Mit einem Blickwinkel von rund 50 Grad entgeht so Ihrem Auge nichts mehr. Holen Sie sich ein beruhigendes Gefühl und somit ein Stückchen Sicherheit in Ihre vier Wände.